Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Spätestens seit den massiven Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg ist doch klar, linksextreme Gewalt darf nicht verharmlost werden. Und die Ereignisse in Hamburg haben uns auch gezeigt, linksextreme Gewalt, sie ist eben nicht nur Gewalt gegen öffentliches und gegen privates Eigentum, sondern linksextreme Gewalt richtet sich auch immer mehr gegen Personen, gegen Menschen. Und so sagt der Verfassungsschutz des Landes Niedersachsen eindeutig in seinem Jahresbericht zum Jahr 2016, dass die Hemmschwelle von Linksextremisten zur Anwendung von Gewalt auch gegen Menschen niedrig sei. Das muss man hier in die Debatte einführen. Und dass es am Wochenende der G20-Proteste in Hamburg eine Vielzahl verletzter Polizistinnen und Polizisten gab, das sollte für uns mal Anlass sein, an dieser Stelle denjenigen Menschen zu danken, die tagtäglich ihren Kopfdörfer hinhalten, um politische Gewalt zu verhindern. Und das sind unsere Polizeibeamtinnen in Deutschland. Und meine Damen und Herren, das gilt gerade auch für die Polizeibeamten, die vor kurzer Zeit beim AfD-Bundesparteitag in Hannover im Einsatz waren. Und damit bin ich bei der Frage linksextremer Gewalt gegen politische Parteien. Es ist an dieser Stelle die klare Haltung der FDP-Fraktion, dass jede Form von Gewalt nicht Mittel der politischen Auseinandersetzung sein kann. Und diese Haltung gilt übrigens gerade gegenüber solchen Parteien, mit deren Meinung, man möglicherweise nicht einverstanden ist. Wenn Vertreter von Parteien, die zur Wahl zugelassen sind, keine Möglichkeit haben, einen Wahlkampfstand zu machen, keine Möglichkeit haben, Veranstaltungen zu organisieren, körperlich daran gehindert werden, irgendwo reinzukommen, dann ist das ein Problem für unsere demokratische Kultur. Und das gehört auch mit zur Debatte dazu. Meine Damen und Herren, und deswegen müssen wir darüber nachdenken, was können wir eigentlich tun, um linksextreme Gewalt zu verhindern. Und wir wollen als FDP-Fraktion darauf setzen, Gewalttaten schon im Vorfeld, bevor sie geschehen, zu verhindern. Dazu muss die Sicherheitsbehörden, dazu müssen die Sicherheitsbehörden vernünftig ausgestattet werden und nicht, wie der Kollege Mayer hier vorgeschlagen hat, das Strafrecht verschärft werden. Dafür muss Präventionsarbeit geleistet werden. Und dafür müssen wir darauf setzen, dass dieses Thema allgemein Teil der gesellschaftlichen Debatte ist. Es gehört aber zur Bekämpfung von linksextremen Straftaten und Gewalttaten auch dazu, die Realität und die tatsächliche Bedrohungslage anzuerkennen. Und da hat dankenswerterweise ausgerechnet die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt eine Anfrage an die Landesregierung gestellt, um mal herauszufinden, wie ist eigentlich das Verhältnis von rechtsextremen und linksextremen Gewalttaten in Sachsen-Anhalt. Und da ist rausgekommen, in der Antwort der Landesregierung, im Jahr 2015 habe es in Sachsen-Anhalt gerade mal 230 linksextremistische Gewalttaten gegeben. Im selben Zeitraum wurden 1.749 rechtsextremistische Gewalttaten begangen. Und das zeigt, die Bekämpfung rechtsextremer Gewalt ist zu Recht eine Priorität der Sicherheitsbehörden. Und wissen Sie was, ich habe manchmal das Gefühl, Sie wollen hier Ihre persönliche Erfahrung und Ihre persönliche Leidensgeschichte an die Stelle von polizeilicher Expertise setzen. Und das kann es doch nicht sein. Ich bin froh, dass die Polizei darüber entscheidet, welches Thema von ihr zu bekämpfen ist und nicht die AfD. Verschonen Sie die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit ihrer ideologischen Beeinflussung und helfen Sie daran mit, tatsächlich die Sicherheitsbehörden besser auszustatten. Und zu guter Letzt ist doch die Frage, meine Damen und Herren, das Land, in dem wir leben und in dem manche AfDler manchmal Schwierigkeiten haben, an einen Wahlkampfstand zu kommen, ist auch das Land, in dem manchmal Flüchtlingsheime brennen. Das Land, in dem AfDler eine Schwierigkeit haben, zu Veranstaltungen zu kommen, ist auch das Land, in dem wir gerade mit dem NSU-Verfahren eine rechtsextreme Mordserie aufklären müssen gegen Menschen türkischer, griechischer und deutscher Herkunft. Und deswegen gehört die Priorität hier klar auch in Richtung der Bekämpfung rechtsextremer Gewalt. Und zu guter Letzt müssen wir uns fragen, als Akteure im Deutschen Bundestag, was können wir als Politikerinnen und Politiker eigentlich dazu beitragen, dass es weniger Gewalt im politischen Bereich gibt. Welchen Beitrag leisten wir eigentlich, dass aus politischer Rhetorik nicht politische Gewalt wird? Am 17. Oktober 2015 das Attentat auf Henriette Reker, am 27. November 2017 das Attentat auf Andreas Holstein in Altena. Und im Umfeld dieser Attentate, im Umfeld dieser Angriffe erleben wir Äußerungen zu Schusswaffengebrauch gegen Kinder aus der AfD. Wir erleben, dass Abgeordnete, die jetzt dem Deutschen Bundestag angehören, die Kanzlerin ins Gefängnis werfen wollen. Wir erleben, dass Abgeordnete, die heute dem Deutschen Bundestag angehören, die Staatsministerin Oesus von der SPD nach Anatolien entsorgen will. Das ist der Weg, der in körperliche Gewalt führt. Worte ebnen hier den Weg. Und deswegen müssen wir uns fragen, was wir eigentlich selber dazu beitragen. Und deswegen gehört es als erster Schritt dazu, dass Sie, meine Damen und Herren von der AfD, in Ihrer Rhetorik auf Gewaltfantasien verzichten. Das wäre ein erster Schritt wirksam gegen politische Gewalt von jeder extremistischen Richtung. Lassen Sie also, meine Damen und Herren, mich zusammenfassen. Wir müssen die Sicherheitsbehörden vernünftig ausstatten, in Prävention investieren, ohne Belehrung, ohne Ideologie. Und lassen Sie mich festhalten, die AfD ist doch in Wahrheit der Agent der politischen Verrohung, als deren Opfer sie sich hier darzustellen versucht.